Yo, hab grad ne Schnecke gefunden, die es meiner würdig ist, film ich gleich. Heute... Es ist very slippery, ich hab mich auch schon über die scharfe Zähne verletzt, aber ist ja noch gut. Oh, da ist noch eine, da ist noch eine, hey, da ist noch eine. Peter Love dabei sein, ich muss erst mal mein Messer und alles loswerden und meine Bierdose. Oh, okay. Na, komm her. Na, ist das ein Exemplar? Aber die andere war größer. Aber das ist ja die Scheiße. Weil ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der jetzt Schnecken drei Tage gefangen halten will, bis sie ausgehungert sind und so. Aber bei den Okolyten lohnt es sich wenigstens. Verpiss ich doch nicht so. So, dann bleiben wir hier nochmal. Schneckengeschichte hier zu sein. Dann machen wir jetzt auch den Pott voll. Ja, Fischen war übrigens absolut, äh, total verkackt. Fischenkanten, oh, da, oh, oh. Ah, komm her. Obwohl du hast natürlich echt bunte Farben drauf. Aber, ja, Fischen, Alter, Fischenkanten. Ich blute an ein, oh, scheiß, ah, an allen Fingern. Äh, weil mich der Haken immer wieder gecatcht hat, Alter. Ohne Rute ist das echt zum Kotzen, nur mit Schnur. Mit zwei Haken dran. Und die haben alle Beine auch gebisst. Naja, also Daniel, Respekt. Ammeln ist nicht mein Ding. Aber sammeln. Sammeln ist mein Ding. Und kochen. Also von daher, perfekte Symbiose.